Also ich find's sehr schön, dass ihr hier seid. Hallo. Ja, freiwillig sind wir nicht hier. Turn your sex tapes into cash. Ich geb dir 5 Euro, wenn du mir den Rest des Videos zeigst. 5 Euro? 180 Dollar? Mann, das ist groß wie Geld. Ich hab ihn auf Tinder gefunden. Ja, immerhin besser als der letzte. Ich weiß nicht, wie findest du's, wenn wir uns in echt treffen? War der Rollstuhl irgendwie ein Thema für Sie, oder? Schon mal gemacht? Das ändert doch nichts daran, wie du als Person bist, oder? Nein, aber... Leute nehmen einen einfach anders wahr. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Kannst du bitte nicht die ganze Nacht wegbleiben und unter deinem Nachmittag daherkommen? Hände hoch, oder ich schieße. Bring das zurück. Kann mir das nicht leisten? Ich hab was zu verlieren. Das heißt, zu verlieren. Ich glaub nicht, dass so wie wir in Beziehungen funktionieren können. Bis zum nächsten Mal. Ich kann jetzt mal ein duplication machen. Ich mach schnell das nicht in der Nacht. Ich kann mich nicht haben. Drei mal einiges. Ichึge die Räume-Ah-Durchkommage. Ich bin auf einer nets Gangen. Vielen Dank.